Hallo Leute und willkommen zurück, ich bin's mit mir Jan und ja, wieder eine Runde Endergames und ja, gucken wir mal wie es läuft und ja, falls der Sound halt, ich glaube der war okay oder normal in der letzten Aufgabe, höchstens vielleicht ein bisschen leiser, aber sonst sollte eigentlich alles okay sein, ich hoffe das wird jetzt auch so sein, vielleicht sogar dann jetzt auch wieder normal laut, weil ich habe zwar noch ein bisschen was umgestellt, aber zwischen zwischendurch wurde dann auch wieder, wurde mein Mikro da auch nochmal umgestellt und alles und deswegen, ja toll, hauptsächlich bekomme ich gar nichts, weil ich dumm bin, naja und deswegen, aber ich denke das sollte eigentlich vom Sound her alles passen und gut sein und ja, oh nice, da her, nein, das eine bekomme ich, das andere kannst du haben, da fuhr ich mir die andere Küste noch, Leute, schnell, ja, ja, nice, das ist meins, würde ich mal sagen, machen wir uns direkt ein Eisenschwert, ich meine, okay, wir haben schon einen Diamanten, aber wer weiß, wenn wir den nächsten bekommen, ne, da würde ich sagen, machen wir uns jetzt lieber ein Eisenschwert, so, okay, was hier passiert, ich gucke mal kurz, Pisteflechtchen, ne, okay, scheint nicht so gut, dann würde ich mal sagen, crafting uns schnell, äh, was, ähm, ja, ich habe mir bisher immer noch kein Kit geholt, deswegen stehe ich immer noch wie immer mit dem Barbar und, äh, ja, ihr habt mir auch noch keins geschrieben und, ja, ich habe mittlerweile 24.000 Coins, mal gucken, vielleicht schicke ich ja die 40.000 vor, ich will überhaupt einen Kit holen, ich will dann echt noch überlegen, ich habe echt keine Ahnung, ich meine, es gibt viele coole Kits, ich meine, Kängurus so an sich ganz cool und lustig, dann, äh, High ist eigentlich ganz gut, dann Seelen, die, weil ich, man überlegt, ist eigentlich auch nicht so schlecht, weil, ich meine, so Level ganz, die ganze Zeit die Sachen so gut machen, ist auch nicht schlecht und halt ganz Zeit Portable Dingens dabei haben, ich würde irgendwie abgeschossen auch, okay, ja, gehen wir mal erstmal weg, ist da oben, ja, komm, wir gehen einfach mal hin, äh, und deswegen, ja, muss ich mal noch gucken, es gibt viele gute Kits und ich muss mal gucken, nein, das kann ich aber ja ernst, okay, wir sind da schon, ernst, egal, der neuen Weg, passt auch, so leid von mir aus, auf und schießen, aber da habe ich jetzt keine Lust drauf, so, alter, hauptsache, es leckt, so, ich brauche jetzt mal, ähm, ach, ja, komm, ich brauche jetzt Essen, unbedingt, wäre ganz nett, irgendwas ist hier, irgendwas ist hier passiert, nein, ein 30 Blöcke nur, wollte ich mich trollen, ja, vor allem, Junge, jetzt, ihr wollt mich doch verarschen, aber, welche ganze Zeit zu ihm, welchen wir Pottet die Pfeile haben, und Bogen, das ist nicht fair, so, jetzt, schnell weg, mein Gott, jetzt, laufe ich nicht ganz, laufe ich ganz entgegen, irgendwelche Blöcke, komm, bitte sagt das Essen, Diamanten, aber ich brauche Essen, Mann, okay, das war's, für uns, das war klar, naja, okay, gut, naja, sind wir ja gewohnt, ich kille ein und alles vorbei, ja, ist nicht so gut gelaufen, naja, egal, gut, dann gucken wir mal, vielleicht läuft die nächste Runde besser, und, ja, bis gleich, hi Leute, und, ja, da bin ich wieder, ich wollte schon wieder den Partner anfangen, mein Gott, schlimm, vielleicht ist es sogar auch hier schon, ich mein, äh, ich hab das ja schon bei, Naruto oft, aber hier, ähm, ähm, ja, hier hatte ich das jetzt noch nie, so, Moment, jetzt, jetzt mal anfangen, kann man irgendwie mich ja ein bisschen durcheinander, ich hab grad einmal, ich mein, ich lade eigentlich nochmal jede Runde hoch, wenn ich hier dann grad in der Aufnahme, ja, ich nenne es ja mal auf, und das Session ist keine richtige Aufnahmesession, aber, wenn ich halt gerade am Aufnehmen bin, dann nehme ich einfach hier drunter auf, egal wie scheiße sie ist, das wisst ihr eigentlich nur grad, keine Ahnung, das wäre irgendwie erstmal auch komisch und alles, und, naja, dann hab ich es lieber doch gelassen, ähm, und deswegen, ich hoffe, es wird nicht schlimm sein, dass ich das nicht gezeigt habe, aber, ja, und, ähm, ja, ich hab halt wie gesagt, bei den Kids hab ich mir immer noch keins gut, und das einzige Kid, was ich wirklich, ähm, ja, ausprobieren möchte, ist, äh, was heißt ausprobieren möchte, haben möchte, ist, ähm, hier, doch schnell, ähm, genau, Vampir, nur das Problem ist, Vampir ist ja nur für Premium-Member, und, ja, ich weiß, man kann sich Kids auch kaufen, und, aber, ich glaub, das sind dann nur die Kids, die man sich auch mit Coins kaufen kann, und keine Premium-Kids, und, ja gut, wenn es zu teuer wäre, würde ich es mir eh nicht machen, aber, mal ein einzelnes Kid würde ich vielleicht, vielleicht, mit ÜE-Geld kaufen, das weiß ich aber nicht, aber, ja, ähm, aber es kann auch ganz sein, dass ich mir, äh, ganz vielleicht sein, dass ich mir mal, ja, hören, das Spiel deckt, so, dass ich mir ganz vielleicht mal Premium für einen Monat oder so hole, ich weiß es nicht, denke eher nicht, weil sich das auch für mich nicht wirklich lohnt, ich meine, ich spiele regelmäßig Minecraft, aber, so regelmäßig dann doch nicht, und, ja, keine Ahnung, muss man da mal, äh, Alter, wollte ich mich jetzt, verarschen, so, ähm, und ja, für mich lohnt es sich halt Premium nicht wirklich, deswegen denke ich es ja nicht, aber, wird man dann sehen, und der trifft mich nicht, oh mein Gott, ist ja schlecht, haha, wow, okay, der ist ziemlich schlecht gewesen, irgendwie, nein, komm schnell her, mit dem Speedblock, nein, komm her, man, da wollt ihr mich verarschen, doch, geht doch, nice, haben wir direkt zwei getötet, so, der eine hat ein Diamantschwert, äh, direkt wieder in den nächsten Speedblock, Alter, wir kriegen hier gerade richtig, äh, viele Speedblöcke, auch gut, ähm, so, jetzt erstmal essen, okay, jetzt sind beide fast schon, beide, so, erstmal schnell Diamantschwert, was, brauche ich das Diamantschwert, nein, ich habe alles aus, wahrscheinlich alles aufgesammelt, außer das scheiß Diamantschwert, ach komm, das ist jetzt mies, naja, egal, Alter, achso, der ist hier drunter, so, nice, direkt hier ausgeschaltet, WTF, der hat sich da drunter versteckt, oh mein Gott, gut, falls er nicht gut ausgeschaltet ist, aber, lol, auch mal lustig, so zu sehen, der sich da unten so versteckt, ähm, so, oh, nice, so, haben wir Busplattenpanzer, dann, äh, uh, stärk, ah, nice, so, zack, dann machen wir uns ein Brot, dann, haben wir noch irgendwas, was wir gerade machen, können ich glauben nicht, ne, ne, das scheint es gewesen zu sein, ähm, ja, lol, lol, ok, haben wir euch ganz schwer vor mir gesehen, warte, 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 ich will erstmal den Busplattenpanzer an, ist die zur Sicherheit, komm mal her, der ist mir hingegen geflogen, nein, am Arsch, nice, boah, ok, diese Runde gehe ich aber mal ab, vielleicht sind die auch gar nicht so gute Spieler, aber ist ja egal, ich gehe auf jeden Fall ab, diese Runde, muss ich sagen, und jetzt hatte der aber auf dem Diamant Schwert, 100 pro, das könnte ich mir jetzt nicht erzählen, er hatte Diamant Schwert, wollt ihr mich jetzt verarschen, wo ist denn der nächste Spieler, so, der ist weit weg, der ist weit weg, der ist weit weg, nein, der ist das Diamant Schwert, ah, gut, sonst hätte ich mir jetzt einfach eins gecraftet, ähm, oh, wir haben noch einen schnell Crafting Table, ähm, Hose, und das war es auch schon wieder, so, zack, ähm, so, jetzt erstmal den ganzen Schrott hier wegwerfen, den ich nicht brauche, zack, Normenbogen brauche ich nicht, brauche ich alles nicht, äh, ist auch alles weg, Wassereimer kann weg, und, Erde, und, ich würde sagen, das passt dann so, ja, und wir haben richtig viele Pfeile, das ist nice, weil wir auch, äh, weil wir auch, ähm, ähm, ja, weil wir ja, äh, Stärkebogen haben, das ist auf jeden Fall nice, so, ich nehme den Speedblock, und jetzt will ich am besten, äh, Enchanting Table haben, um mein Diamantschwert mal hier zu enchanen, ah, nice, perfekt, du hast 100 Kills, ich habe gerade 100 Kills, äh, äh, 100 Coins noch, weil wir gekriegt, das heißt, irgendeiner ist anscheinend gerade, wieso auch immer, aber, da ist auf jeden Fall gerade einer gestorben, ja, nice, schärf, nice, schärf eins, mein Gott, ich kann nicht reden, äh, irgendeiner ist auf jeden Fall gerade durch mich gestorben, irgendwie, und wo ist der? Komm her! Nein, der ist Vampir! Der ist Vampir, der Sack! Nein, und jetzt bin ich geportet, egal, vielleicht war es auch gut, naja, gut, habe ich zumindest erstmal meine Ruhe, aber ich habe gerade irgendwie 100 Punkte bekommen, als ich getauscht wurde, möchte ich mal wissen, wovon, aber gut, äh, so, ich bin gerade ein bisschen durcheinander, irgendwie, ähm, schade, einen Apfel haben wir nicht, weil sonst hätten wir uns einen Goldapfel machen können, weil mittlerweile, ich weiß nicht genau, was es jetzt bringt, da irgendwie so ein Schutz, auf jeden Fall, mehr weiß ich dazu aber auch nicht, naja, gucken wir mal, es wird schon irgendwie schief gehen, aber wir brauchen mal langsam noch ein bisschen bessere Ausrüstung, äh, so, zack, weil, naja, Full Iron wird, was war das denn? Das war mein Handy, aber was war das für ein Geräusch? Das kannte ich noch gar nicht, ähm, aber wir brauchen, ähm, Full Iron wäre fürs Finale auf jeden Fall ganz gut, falls ich zum Finale komme, aber, ja, ich möchte jetzt wissen, was das war auf dem Geräusch, oder auf meinem Handy war, okay, äh, der kommt nicht näher gerade, doch, der kommt näher, dann töte ich den erst, auch gut, ey, der versucht es mit dem Bogen und, Leute, ich habe mich getroffen, der versucht es mit dem Bogen gegen mich und dann, ich weiß, wer das ein Chameleon bist, das war mir schon klar, jetzt, Alter, scheiß Huhn, das hat so eine kleine Hitbox, nice, ich habe mich gekillt mit, oh, nice, vor allem, ich kill generell jetzt viele, und vor allem voll viele mit dem Bogen, merke ich gerade, kann der bitte mal abhauen, ich möchte nämlich jetzt am liebsten gerade mal, äh, bisschen was, graften, der kommt näher, das will ich nicht, nicht jetzt, Mann, komm doch nicht jetzt näher, wir müssen die schon mal nehmen, komm schon, jetzt habe ich gerade gar nicht, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, nein, ich habe keine Pfeile mehr, Mann, wie schnell habe ich bitte meine Pfeile verbraucht, boah, jetzt rindt der weg, toll, ja, am Arsch, komm, was soll's, ich verkacke jetzt, das weiß ich, das ist klar eigentlich, aber, oder, komm, ich renne, ich renne, ich renne, fuck, nein, 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 oh mein Gott, das wird knapp, das wird knapp, ich, ich kann das eigentlich gar nicht schaffen, Mann, ah, fuck it, ich glaube, der hat sich schon wieder geheilt, ich glaube, der ist Vampir und hat sich wieder geheilt, er scheint, Premium-Member zu sein, vor allem, das, oh, das Finale, ja, das ist auf jeden Fall Premium-Member und ich denke mal, das wird Vampir sein, was der hat, ach, komm schon, unfair, ich komme ja nicht mal mehr, Diamant-Irgendwas craften, weil ich hatte genug für Diamant, äh, ging jetzt, oh, scheiß, okay, ich habe, erstmal habe ich gefällt und zweitens war es auch ein bisschen doof, ja, trotzdem GD, weil der halt wirklich Diamant, äh, nicht mehr Diamant, erstmal hatte er bessere Ausrüstung noch und er war halt wirklich Vampir, wenn er wäre Vampir nicht gewesen, dann hätte ich das sehr wahrscheinlich geschafft und deswegen, Vampir ist auf jeden Fall ein richtig geiles Kit, einfach weil man sich halt richtig, du grenzt halt weg, killst dann Tiere und heilt sich dadurch und wenn du einen Gegner killst, hältst du dich auch direkt wieder voll und wenn da mehrere kommen, dann ist auch kein Problem, das ist eigentlich voll das geile Kit, deswegen wollte ich das auf jeden Fall zumindest mal ausprobieren, deswegen will ich halt in Berlin und vielleicht mal für einen Monat, äh, das halt wirklich hol, aber, also Premium, aber ich weiß es noch nicht, ich muss noch mal gucken, aber, ja, ich würde mal sagen, wir sind zumindest bis ins Finale gekommen, hatten dann aber auch ein bisschen Nachteile und sonst ist aber ja auch egal, ähm, ja, ich hoffe wie immer, dass der Part euch gefallen hat, ähm, ja, lasst eine Bewertung da, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und ich sage es wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal.